hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel walking death road to survivor die stadt das spiel voll mit rein musik ist an nein noch nicht jetzt musik ist an und los geht es abholen ich habe keine leute ich habe nahrung voll und holz voll was ist hier los muss ich auch noch machen ja dann ok wo ich mein ding ins geladen habe hatte ich hier das next level erreicht und habe dadurch diese vier plätze dazu bekommen an mein haus ich kann an werkstatt oder material bauen dann baue ich doch beides hin da habe ich die werkstelle und das andere war die materialager wieder eine farm hinbauen und hier ein trainingslager hier hatte ich ein paar leute ausgebildet erst mal keine trainieren kann ich auch nicht weil ich keine leute mehr habe jetzt muss ich alles aufwerten warte mal fangen wir mit den kleinen hier an ich glaube ich sofort upgrade geht sofort mit eine minute ich muss erst lager upgrade und weg statt das hier ist lager video angucken und web gut dann schauen wir mal weiter wo war hier die menüleiste für missionen hier ist sie doch ein fordern ist voll ein bisschen da habe ich nur drei sterne zwei sterne ich brauche aber drei team ändern sind die stärksten angriff aufwartig dreifachgeschwindigkeit fünf wellen sind das und die letzte welle drei sterne vor allem zwei gab weiter lager voll zurück in der stadt zurück in der stadt zurück in der stadt zurück in der stadt noch nicht ganz fertig was habe ich denn hier einen briefkasten drin alles einfordern Menü Inventar in der stadt vor allem in der stadt Ich muss etwas aussuchen. Boah, ist das finde ich draußen. Ich habe noch mal mein Auto geklappt. Gleich wieder da. Gleich wieder da. Gleich wieder da. Was für ein Meter. Dann nehmen wir mal hier das. Einfordern. Öffnen. Perfekt. Und hier nehmen wir. Was machen wir hier? Nehmen wir den, oder? So, ich habe hier noch vier Taschen. Die ich gerade geholt habe. Ne, prüßt. Wo sind denn die Taschen? Ach, die? Ne. Boah. Was für ein Wind. Na gut. Jetzt Hochstufwind. Level aufsteigen werden. Hier steht leider nicht irgendwie ein Zeichen, dass der aufsteigt. Ich muss mir alle anschauen. Also, da ist er sowieso schon voll. Zornbrille bräuchte ich hier. Schuhe brauche ich hier. Schuhe. Schuhe. Ich habe Angst, dass das Fenster rausfällt. Meine Miete. Schuhe. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier fehlen auch die Schuhe Hier sind alle Level 30 Hier fehlt ein bisschen mehr Also ich brauche Schuhe Was braucht der? Der braucht eine Brille Schuhe und Brillen brauche ich Schuhe Also mit zwei Stellen braucht eine Brille Die anderen brauchen Schuhe Gut, wo kriege ich die Sachen her? Geht noch nicht Lager ist voll Aufgelevelt und trotzdem noch voll Kommt das Lager jetzt so dran Gehen wir zum Kampf Story Ich brauche eine Brille Wo gibt es denn hier eine Brille? Brille Gibt es hier keine Brille? Oder Was ist das? Ach Musst du nochmal anklicken und dann auch schauen Na, okay Okay Dann nochmal schauen Gibt es über die Handschuhe Eins, zwei, drei Ja, aber hier gibt es schon was anderes Ach, hier gibt es Stiefel Ich brauche keine Stiefel Ich brauche Schuhe Überspringen wir das Ganze Angriff Zehn Beißer Ach, hier ist denn so Streuner Und dann kann man ganzes Fenster wackeln Hurra Ok Ich soll das Lager upgraden. Shop. Ich würde gerne so richtig spielen, aber irgendwie komme ich nicht dahin, weil mein Lager voll ist. Gratis. Gratis. Bestätigen. Dankeschön. Gut. 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 Untertitelung. BR 2018 das ist auch ein bisschen dafür steht gratis ein auf lager drücke ich drauf muss ich kaufen wir machen die sowas ja ich bin heute so ein bisschen überfordert klasse s Überspringen. Oh, ich bin zu schwach stand da. Jetzt kommt die dritte Welle, die schwerste von allen. Bei der ersten habe ich schon Leute verloren. Boah. Ach, Brille. Ich hab die Brille. Es sollte doch jemand eine Brille haben. Zurück in der Stadt. Spielerliste. Aufstieg. Der wollte die Brille haben. Upgrade. Jawoll. So. Der hat den Aufstieg geschafft. Wenn wir hier mal ein paar Leute trainieren, habe ich jetzt wieder welche. Warte mal. Das trainieren ist besser. Ne, genau so. Warte mal. Habe ich nur Level 1 Training hier? Jo. Loll. Jo Leute. Jetzt hab ich das zu sagen. Heute läuft es irgendwie nicht. Alles voll. Auf Stufe 40 oder höher. Ich hab doch einen auf Stufe 40 gemacht heute. Hier brauche ich die Schuhe. Wo finde ich die? In Shop. Goldaufsgäm. Egal. Upgraden. Und. Und. Aufstieg. Und. Aufstieg. Und. Aufstieg. Den haben wir gerade abgegradet, abgegradetetet, hier ein, doch, der, genau, ach, der braucht die Brille, der braucht Schuhe, was brauchen wir, sieh, okay, ok, ich brauche ja die Schuhe, er ist ja komplett fertig, bei dem geht nichts mehr, hm, das geht durch, durch upgraden, täglich habe ich noch nicht, kein Problem, um, 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 abgeschlossen 3.000 2050 1073 einmal den haben wir und den ich probiere den hier mal durchzuspielen darf ich nicht am besten das ist das 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 Erste down, zweiter down, dritter down, alle down. Also eine Straßenmission kann ich noch nicht machen, zurück zur Stadt, Mission, gut, dann geht es hier weiter. Zwei Menschen schon gerettet. Oh, vier Menschen haben wir gerettet. Fünf Menschen. Fünf Menschen gerettet und die Sachen bekommen. Oh, Lager. Mein Lager ist zu klein. Oh. Da, 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 da. Ich habe die Dailies bekommen. Jetzt. Okay. Gib 10 Weltenergie aus. Mein Lager ist zu klein. Schmeiß ich die Hälfte wieder weg. Okay. Ich habe die Dailies. Ich habe die Dailies. Na, da, da. Speed. Was macht mein Lager jetzt? Es ist soweit fertig. Ok. Warte mal, ich habe doch einen neuen Charakter bekommen. Ich habe mich im Bild aufgelar, dass meine Coach einige lange Zeit sind. Oh, ich habe das Drei schon gehört. Ich habe mich nicht mal gemacht. Schleife, ich habe die Drei schon richtig gemacht. Fähigkeiten. Ja, mein Lager ist aber noch voll. Das muss ja auch irgendwie nichts ändern. Ja, mein Lager ist. Den habe ich schon. Ach, das leuchtet nur. Das wird einfach nicht weniger. Alles voll. Lager Ort noch. 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 Hä, wird das sein überhaupt leerer? Maximalkapazität 123? Ich habe 2 Millionen. Na dann ist ja egal was ich mache, Mensch! Und ich probiere hier die ganze Zeit mein Lager leer zu kriegen. Dabei ist es schon übervoll. Ich kann nur 123 und ich habe 2 Millionen. Was soll ich denn da machen? Was soll man da denn machen, Leute? Dann mache ich schnell noch die hier fertig. Die Dailies geht jetzt ganz schnell. Überspringen. Los. Überspringen. Eingriff. Jetzt geht es ganz schnell. Das bei, Leute. Jetzt schon 4 Leute. 5 Leute. Jetzt hört einfach nicht auf der Sturm heute. 7 Leute. Zack, zack, zack. Fertig. Jetzt habe ich so viel Materialien und später brauche ich da wieder. 2 Leute. 2 Leute. 2 Leute. 4 Leute. Und danach muss ich noch einen Kampf machen. Jetzt kommt der nächste Kampf. Überspringen. Teamauswahl. 2 Mal. 1ENTE. 2 4 4 6 8 Und Lecker Gut, dann haben wir jetzt Die eine Quest fertig Hier will ich erstmal Trainieren Okay Menü Daily fertig Die Und Diese Ich zeige noch 2 Daddies Setze 10 Überlebende auf Nochmal Täglich Setze 10 Überlebende Auf Trainingsgelände ein So, gut Ich verstehe Schau ja Vertreiben wir uns ein Video an Das meine ich Aber Dann machen wir erstmal Hier noch weiter Ich muss noch 5 Leute ausbilden Nach Menschen habe ich doch genug, oder? Ich mache ja erstmal das Kapitel fertig Das Gefängnis Dann schaue ich nochmal nach Nach den Menschen Wie viele Menschen ich habe Wenn ich die genug habe, dann Werde ich das anders Äh, die Ressourcen Sondern Wenn ich nur welche brauche Die Ressourcen gab es in die ersten 2 Kapitel Obwohl hier gab es die auch Noch ein paar andere Ressourcen Ich glaube in den ersten 2 Kapitel kommen die auch wieder vor Die Ressourcen Die Ressourcen Die Ressourcen Die Ressourcen Die Ressourcen Haha Alle Ressourcen Die Ressourcen Die Ressourcen Und Dann haben wir das Kapitel fertig Ich wollte noch einmal kurz das Team ändern. Da hat es sich geändert. Also Menschen haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Oh, das ist einmal Rick, das sehe ich gerade. Einmal hier und da und da. Und beide nur mit einer Hand. Gut, wir schauen mal nach. Überspringen wir. Überspringen wir. Überspringen wir. Bis zum Lager. Trainieren. Eins. Ich brauche Ausrüstung. Wusste ich doch. Was für Ausrüstung war das? Was für Ausrüstung war das? Hm. Ich glaube das war die Ausrüstung. Handschuhe und... Ich trainiere sieben Leute. Warte mal. Wenn ich das wieder jetzt zurück mache. Ach, trotzdem. Trotzdem weg. Trotzdem weg. Trotzdem weg. Handschuhe und ein Hemd. Oh, vielleicht zieht das ja jetzt auch schon wieder. Okay. 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 Handschuhe... Und das Hemd. Diese Sachen brauche ich. Diese Sachen brauche ich. Okay. Okay. Ich brauche das. Ich brauche das. Handschuhe. Händen habe ich jetzt gekriegt. Jetzt finde ich noch Handschuhe. Handschuhe einmal. Schauen wir mal. Zwei dazu. Okay. Gut. Ich muss warten bis alle fertig sind. Machen wir es mal so. Fertig. Habe ich. Habe ich das nicht gleich so gemacht. Ja. Ich dachte, es wird reichen, wenn man es einfach nur so da reinschickt. Aber nein. Wir müssen fertig ausgemült sein. Gut. Dann war es das für heute. Dann sage ich mal. Ich beende das Spiel. Hat ein bisschen lang gedauert. Bisschen zäh. Aber. Alles okay. Ich sage mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf die nächste Mal dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.